Antonio Luis Santos da Costa N.T.N.J.U.L.U.I.T.U.K.T. ist ein portugiesischer Jurist und Politiker. Er ist gegenwärtig Generalsekretär der Sozialistischen Partei. Von 2007 bis 2015 war er Oberbürgermeister der portugiesischen Hauptstadt Lissabon. Bereits zuvor hatte er Ministerien in verschiedenen Regierungen geleitet, zuletzt im Kabinett des Sozialisten Jose Sokrets. Am 24. November 2015 wurde er von Staatspräsident Cavaco Silva mit der Regierungsbildung beauftragt. Seit dem 26. November 2015 ist er als Premierminister im Amt. Leben Die Familie von Antonio Costa entstammt väterlicherseits Goa-Katholiken. Zum Katholizismus übergetretenen Mitgliedern indischer Brahmanen aus der Stadt Magau im indischen Bundesstaat Goa. Der während mehrerer Jahrhunderte eine Kolonie Portugals war. Der Vater von Antonio Costa war der bekannte Schriftsteller und Politiker Orlando da Costa. Antonio Costa ist seit seiner Jugend Mitglied in der Sozialistischen Partei. Er studierte Jura an der Juristischen Fakultät der Universität Lissabon. Sein Praktikum absolvierte er im Büro Jorge Sempios, der später Staatspräsident wurde. Danach erwarb er eine Postgraduierung in europäischem Recht an der Katholischen Universität Lissabon. Von 1982 bis 1984 war er Vorsitzender der Vereinigung der Di-Jura-Studenten der Lissaboner Universität. 1986-87. leitete er die Redaktion der Zeitung der AAFDL. Nach seinem Studium war er hauptsächlich als Anwalt tätig. Nebenbei engagierte er sich in der Sozialistischen Partei. Zwischen 1982 und 1993 war er Mitglied der Lissaboner Stadtversammlung und zwischen 1991 und 1995 Mitglied des portugiesischen Parlaments. Durch sein stärkeres politischen Engagement nahm er auch weitere zusätzliche Aufgaben wahr. Zwischen 1993 und 1995 hatte Antonio Costa das Amt eines Stadtrats in Lauers-Inne. Zwischen 1995 und 1997 war er unter der Regierung des Sozialisten Guterres Staatssekretär im Ministerium für Parlamentsangelegenheiten. Ab November 1997 übernahm er dasselbe Ministerium und war gleichzeitig verantwortlich für die Expo 98 in Lissabon. Auch im zweiten Kabinett Guterres übernahm Antonio Costa ein Ressort. Zwischen 1999 und 2002 leitete er das Justizministerium. Nach dem Ausscheiden der Sozialisten aus der Regierung übernahm Antonio Costa zwischen 2002 und 2004 die Aufgaben des Fraktionsvorsitzenden der Sozialistischen Partei im portugiesischen Parlament. Im Juni 2004 wechselte er als Mitglied des Europäischen Parlaments für die Sozialdemokratische Partei Europas ins Europaparlament und wurde dort einer von 14 Vizepräsidenten. Nach dem erneuten Sieg der Sozialisten in den Parlamentswahlen 2005 berief ihn der neu gewählte Premier Jose Sokreiz als einen der drei Staatsminister in seine Regierung, mit Zuständigkeit für das Ressort für innere Aufgaben. Im Gegenzug schied Antonio Costa aus dem Europaparlament aus. Hauptinhalte seines Programms waren unter anderem die Bekämpfung des Terrorismus, der im Sommer üblichen Waldbrände sowie eine Verbesserung der Situation der Immigranten und der Verkasssicherheit. Da im Mai 2007 der damalige Lissaboner Bürgermeister Carmona Rodriguez aufgrund einer Korruptionsaffäre zurücktreten musste, waren vorgezogene Kommunalwahlen nötig. Die Sozialistische Partei schlug den politikerfahrenen Antonio Costa vor, der daraufhin als Innenminister zurücktrat, um den Wahlkampf zu führen. Sein Nachfolger als Innenminister wurde er Rui Pereira. In der Wahl am 15. Juli 2007 wählten die Lissaboner Antonio Costa mit einer relativen Mehrheit von 29,54%. Die Wahlbeteiligung lag bei dem Negativrekord von 37,39%. Er gewann erstmals seit 31 Jahren eine Mehrheit für die Sozialistische Partei in allen 53 Gemeinden Lissabons. Costa gelang es auch, bei den regulären Lokalwahlen 2009 mit 44% wiedergewählt zu werden. 2013 siegt er erneut mit einer absoluten Mehrheit von 50,9%. Am 1. April 2015 trat er von seinem Amt zurück, um sich voll auf seine Tätigkeit als Generalsekretär der PS zu konzentrieren. Am 28. September 2014 wurde Antonio Costa in einem einmaligen Mitgliedervotum zum Spitzenkandidaten für die Parlamentswahl 2015 bestimmt. Er setzte sich gegen den damals amtierenden Generalsekretär Antonio José Seguro durch. Anschließend wurde Costa auch Generalsekretär der PS. Premierminister Portugals Portugals Präsident Cavaco Silva beauftragte Costa am 24. November 2015 mit der Regierungsbildung. Damit löste Costa die Mitte-Rechtsregierung von Pedro Passosco-El-Hu ab, die bei der Parlamentswahl am 4. Oktober ihre Mehrheit verloren hatte. Costa hatte zuvor mit dem PS die Unterstützung einer Minderheitsregierung Passosco-El-Hus verweigert und dessen Wiederernennung zum Premierminister durch ein Misstrauensvotum mit den Stimmen der beiden anderen linken Parteien im Parlament gestoppt. Costa bildete eine Minderheitsregierung, die von den anderen linken Parteien im Parlament, dem Linksblock und dem Bündnis aus Kommunisten und Grünen, gestützt wird. Mit diesen bestehen jeweils separate Tolerierungsabkommen. Am 26. November 2015 wurde Costa als Premierminister gemeinsam mit seiner Regierung vereidigt. Persönliches Antonio Costa ist verheiratet und hat zwei Kinder.